Hallo, mein Name ist Savasteli Kiriakos. Heute zeige ich euch, wie wir den SolarLock in unserem professionellen Portal registrieren, anlegen und den SolarLock hier in der Überwachung bedienen können. Hierzu greifen wir auf unser Portal zu. In unserem Beispiel heißt das Portal support.solarlog-web.de. In der Praxis wird das natürlich euer Portal sein, wo ihr entsprechend über euren favorisierten Zugriff euer Wunschportal aufrufen könnt und dementsprechend hier den SolarLock anlegen könnt. Sobald wir auf das Portal zugegriffen haben, locken wir uns oben rechts mit unserer E-Mail-Adresse und unserem Wunschpasswort ein. Klicken dann oben auf den Menüpunkt Administration, Anlagen verwalten, fügen hier eine neue Anlage hinzu, wählen die Installationsart aus, legen den Datenlogger manuell an, hinterlegen eine Anlagenbezeichnung. Diese kann jederzeit abgeändert werden in unserem Portal, hinterlegen die Seriennummer des SolarLocks, klicken auf Speichern. Nun wird dieser SolarLock in unserem Portal angelegt. Sobald die Anlage angelegt wurde, muss diese natürlich noch abschließend konfiguriert werden, bevor das Portal mit diesem SolarLock arbeiten kann. Hierzu öffnen wir nochmals die Anlage, wählen den N-Rest Account aus, sprich den Anlagenbesitzer, der auf diese Anlage zugreifen kann. Diese Konfiguration ist notwendig, oder diese Auswahl ist notwendig, damit hier der Anlagenbesitzer, der Endkunde auch die App nutzen kann. Wählen das Wunschpaket aus, in welchem die Anlage betrieben werden soll. Für den vollen Funktionsumfang ist natürlich das XL-Paket notwendig, hinterlegen den Anlagenstandort. Wir konfigurieren den Eigentümer. Aktivieren natürlich unsere Anlage. Dann wird uns angezeigt, zu welchem Zeitpunkt die Anlage berechnet wird. Bestätigen dies mit OK. Speichern die Anlage. Und unter dem Reiter Zugangsdaten, sehen wir die relevanten Zugangsdaten, die im SolarLock konfiguriert werden müssen. Damit auch der SolarLock seine Daten an das Portal übermitteln kann. Nun rufen wir unseren SolarLock auf. Geben unter dem Menüpunkt Konfiguration, Internetportal, nach Aktivierung der Übertragung den Portalserver an. Stellen das Übertragungsintervall ein. Speichern. Und haben nun die Möglichkeit, eine Testübertragung durchzuführen. Sollten hierbei Fehler auftreten, müssen wir im Handbuch nachschlagen, was dieser Fehlercode bedeutet, was die Ursache für den Übertragungsfehler ist. Alternativ steht natürlich auch unser Support zur Verfügung, den Sie jederzeit kontaktieren können. Sollte kein Fehler auftreten, wie in unserem Beispiel, können wir mit OK bestätigen. Können auf das Portal wieder zugreifen. Und haben entsprechend hier eine voll funktionsfähige Überwachung der Anlage, da der SolarLock im Vorfeld ja bereits konfiguriert worden ist. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Portal und dem SolarLock.